Dieser Podcast wird euch präsentiert von WWE 2K22, dem neuen Wrestling-Game von 2K Games. WWE 2K22 ist ab dem 11. März 2022 für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series S und X erhältlich. Das Spiel gibt es in der Standard- und in der Deluxe-Edition, aber vor allem auch in der NWO 4 Live-Edition. Darin unter anderem enthalten spielbare NWO-Versionen von Hollywood, Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, Six und Eric Bischoff. Zwei klassische Pay-Per-View-Austragungsorte der WCW und das Starrcade 1996-Ray Mysterio-Paket mit einem klassischen Ray als Spielcharakter. Olaf, die NWO hat so viele großartige Momente kreiert. An welchen Moment erinnerst du dich ganz besonders? Da gibt es natürlich einige Momente, an die man sich erinnern könnte. Zum Beispiel das Debüt von Scott Hall bei WCW Nitro. Oder was ich ganz besonders im Gedächtnis habe, ist natürlich auch der Bash at the Beach 1996. Und da dann nochmal der Turn von Hulk Hogan hin zu Hollywood Hogan. Das war, glaube ich, was ganz Besonderes. Und danach war die Wrestling-Welt ja auch nie wieder dieselbe. Oder, Shaggy? Nee, das war sie tatsächlich nicht. Das war ein wirklich neuer Beginn einer neuen Ära. Genau das. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei WWE 2K22 und vor allem auch bei unserem Podcast zu den besten und den schlechtesten Momenten der New World Order. Viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 400 und 52. Heute mit den besten und den schlechtesten Momenten der New World Order. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloos von MAN TV. Wunderschönen guten Tag, David. Wunderschönen guten Tag. Und der Michael Shaggy-Schwarz ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, Shaggy. Ja, auch von mir wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Und wunderschönen guten Tag, lieber David. Ich freue mich sehr, dass wir zwei endlich mal wieder miteinander sprechen können. Das ist ja auch schon ein Weilchen her, aber heute ist es endlich soweit. Heute ist es soweit. Ja, bei einem bösen Thema. Wieso ein böses Thema? Wieso? Die New World Order? Das waren die Bad Guys. Ja, aber sie waren ja die coolen Bad Guys, oder? Ja, Bad Guys sind immer cool. So ein bisschen wie wir auch wieder hier, auch wieder parallelen. Ja, wir sind auch, wenn uns draußen Leute sehen, sagen die auch, boah, sind die cool. Ich dachte, boah, sind das Bad Guys? Ich weiß nicht. Ja. Ja. Ich glaube nicht. Ja, mittlerweile sind wir ja mittendrin, auch in der Berichterstattung zu AEW Revolution. Die Preview habt ihr hoffentlich schon gehört. Die Review erscheint dann zeitnah am kommenden Wochenende. Außerdem in der kommenden Woche auch dann auf unserem Patreon-Steady-Kanal. No Holds Barth und ein Fokus zum Split der Rockers. Da sind Shacky und ich dann auch wieder zugegen. Aber heute geht es mal zurück in die alten WCW-Gefilde, mitten hinein in den Monday Night War. Wir widmen uns den besten und den schlechtesten Momenten der New World Order. Und erst mal, was grundsätzlich ist, wir unterteilen das ein bisschen in die WCW-Zeit, in die WWF-Zeit. Wir fangen mit der WCW-Zeit an und wir machen es immer abwechselnd. Guter Moment, schlechter Moment, guter Moment, schlechter Moment. Matches zählen auch, Geschichten zählen auch. Wir werden das hier ganz locker flockig machen. Und erst mal natürlich die erste Frage, weil wir haben schon in der Recherche gemerkt, boah, waren das viele Mitglieder bei der New World Order. Shacky, wer war denn dein Liebling eigentlich? Hast du ein Liebling bei der New World Order? Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber einen richtigen Lieblingsmitglied hatte ich jetzt nicht. Aber die drei Ursprungsmitglieder sind natürlich die mit den größten Namen und das muss, wenn dann jemand von denen sein. Und dadurch, dass ich alle immer als sehr schwierige Gesellen ansehe, würde ich trotzdem hier meinen Finger auf Scott Hall richten. Denn das ist für mich, glaube ich, mein Lieblingsmitglied bei der NWO insgesamt gewesen. David, wie ist es bei dir? Ja, Scott Hall. Und das ist so das NWO-Mitglied der Herzen ein bisschen. Aber wenn es nach persönlicher Sympathie geht, ist es natürlich mit Deja. Die finde ich natürlich fantastisch. Aber die kam später erst. Vor allen Dingen mit Scott Hall fing ja alles an, muss man auch mal sagen. Also das hat sich ja eingebrannt bis zum Gettemier. Ja, ganz genau das. Und das haben wir auch gemerkt, als wir auf dem Discord mal rumgefragt haben, so was sind denn eure Erinnerungen? Beste, schlechteste Momente? Und da haben wir auch ein paar nette Einsendungen bekommen. Also Thomas der Zweite hat geschrieben, hier für ihn ein deutlich bester Moment. Die Gründung der NWO die ganze Zeit sprachen Hall und Nash als angeblich Invasoren der WWF über den dritten Mann. Und dann eben kommt Hogan dabei raus. Der André schreibt ein bisschen zynisch natürlich, der Moment, als Hulk Hogan die New World Organization of Wrestling ausgerufen hat. Und schlechte Momente schreibt der André zum Beispiel, ja, der Sold-Out-Pay-Per-View damals. Auch das war ganz grauenhaft. Aber er hebt dann auch noch mal die Geschichte um Sting und Hogan vorbei, auch wenn der endgültige Blow-Off da natürlich bei Starrcade 97, hatten wir zuletzt ja auch in der Classic Review, nicht ganz so geil gewesen ist. Und der Chris ergänzt das dann noch. Naja, fürchterlich wurde es eigentlich alles ab Mitte 1998. Der Split in Wolfpack, Black and White und B-Team und alles, das war dann schon ein bisschen wüst. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach an. Und wir haben hier gerade... Nee, 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 nee. Okay. Du musst noch sagen, was so dein Lieblingsmember ist. Ich hätte auch Scott Hall genannt. Ich hätte auch Scott Hall genannt. Ich habe längere Zeit darüber nachgedacht. Und ich habe dann auch festgestellt, dass ich so einen klassischen Liebling, also nach dem Motto, da feiere ich jedes Match, was von ihm stattfindet, hatte ich da tatsächlich auch nicht. Da waren nicht meine absoluten Lieblingswrestler dabei. Und selbst Bret Hart, der ja lange Zeit einer meiner Lieblingswrestler gewesen ist, dann natürlich bei der NWO 2000 vielleicht nicht unbedingt so das absolut beste Aushängeschild für diese ganze Geschichte. Naja. Das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal vorne an. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen. Einer der größten und besten Momente natürlich das Debüt oder das erste Auftauchen von Scott Hall damals bei der WCW. Da haben wir ja auch schon diverse Male in Podcasts darüber gesprochen, als er dann einfach zum Ring gekommen ist. Und ja, Steve Dole und der Mauler, glaube ich, waren im Ring. Und die haben sich einfach verzogen. Und dann David, diese legendäre Ansprache damals, also ich weiß, da waren wir, wir haben schon diverse Male über Stables gesprochen, aber bis heute ist das, glaube ich, eine der legendärsten Reden bei der Begründung eines Stables, die man sich so aussuchen kann. Und vor allen Dingen mit am intelligentesten umgesetzt. Dass du halt allein schon halt die Promo nutzt. Er hat ja mit seinem WCW-Accent ein bisschen gesprochen. Aber er hat halt nie seinen Namen gesagt. Er hat auch nie WWF gesagt. Das muss man auch dazu sagen. Und dadurch wirkte das irgendwie für mich noch realer. Dass er halt sagt, ihr wisst, wer ich bin, ihr wisst, wo ich herkomme. Und das war damals ein Schock. Ich meine, du hattest jetzt nicht tausend Infos über das Internet und ja, da die Geschichte, die Geschichte, sondern das fühlte sich sehr echt an. Und das war ein großartiger Moment als Wrestling-Fan, den man, glaube ich, nicht so schnell vergessen wird. Und eigentlich ist es nicht nur ein Moment, sondern die ganze Anfangszeit. Das war so spannend. Du wusstest nicht, was passiert hier gerade. Kommst du wirklich zu diesem großen Krieg zwischen WWF und WCW? Oder was ist das eigentlich? Shaggy, ich habe da heute noch so drüber nachgedacht. Wir sprechen heutzutage ganz viel über die Forbidden Door. Damals kannten wir die Forbidden Door noch nicht. Wir hatten noch keine Dirt-Sheets so richtig, außer dem Wrestling-Telegram vielleicht. Aber du hattest nicht diese ständige News-Beschallung mit irgendwelchen Gerüchten, und Backstage-Infos. War das so das Erste, was man so als Forbidden Door vielleicht bezeichnen konnte, auch wenn es nicht wirklich dasselbe ist? Ja, es geht schon so ein bisschen doch in die Richtung, weil es wurde ja auch so dargestellt. David hat es ja gerade auch richtig nochmal gesagt. Das war schon eine verbotene Tür gefühlt, die zwar jetzt nicht von Seiten der WWF geöffnet wurde, aber doch schon von der Seite der WCW selber. Also das ist schon so eine klassische, wie ich finde, Forbidden Door. Damit hat keiner gerechnet, dieser Moment. Gut, man hatte auch mit dem Mauler, Olaf, wer ist das übrigens? Einer von den Beverly Brothers. Oder welcher? Es ist der Gute. Blake Beverly. Es ist Blake Beverly. Olaf, der sonst immer die Beverly Brothers verwechselt. Und Steve Doll war ja auch ein ehemaliger WWELer, der ja als Steven Dunn, wunderbaren Team Boyle Dunn auch aktiv war. Egal. Jedenfalls, hier wurde die Tür geöffnet und jemand, der wirklich ein Star auch war bei der WWF, kam hier. Und das war schon gefühlt eine Forbidden Door. Also wenn nicht das, war es dann. Also das war übrigens am 27. Mai 1996 in der Episode von WCW Nitro. Die haben wir auch schon mal bei Head to Head besprochen. Also wer da nochmal reinhören möchte, könnte das natürlich auch gerne tun. Und ich glaube, jetzt direkt wieder zu negativen Sachen zu springen, ist ein bisschen schwierig. Shaggy, schließt du dich damit an? So gerade diese Anfangsphase, da ist ja noch mehr passiert. Dann ist ja der nächste größere Name aufgetaucht mit Kevin Nash. Und dann haben die beiden ja schon angedeutet, ja, da ist noch ein dritter Mann dabei, aber wir sagen nicht, wer es ist. Und es gab ja dann auch schon zum Beispiel diese Gegenüberstellung mit Eric Bischoff beim Great American Bash. Und wo Eric Bischoff gesagt hat, so jetzt, sag doch mal, sag doch mal, wer ist denn das? Wer ist denn das? Und die beiden haben ihn dann durch die Stage gepowerbombt. Ja, das war auch ein verrückter Moment. Ich mochte die Anfangsphase sehr, die ja auch wirklich jede Woche dann sehr viel Spannung geboten hat. Ihr habt jetzt gesagt, Scott Holt kam zuerst, dann hat angekündigt, er ist ein großer Mann, aber der hat noch einen anderen Big Man dabei, der noch größer ist. Und dann gingen ja auch die Gerüchte los. Wer könnte es sein? Wer ist es? War ja auch klar für die, die die Dirtsheets damals so ein bisschen verfolgt haben. Die gab es ja, das Wrestling-Telegram zum Beispiel hast du genannt, dass es Kevin Nash sein wird. Aber trotzdem war der Moment groß, als dann Scott Holt am Kommentatorenpult war es ja, glaube ich, stand und dann plötzlich dann Kevin Nash hinter den Kommentatoren noch aufgetaucht ist und sich da präsentieren durfte. Das waren Woche für Woche spannende Momente. Und auch dann, als das Team immer größer wurde, also die Anfangsphase, ist sicherlich das die beste Phase der NWO gewesen. Ich finde vor allen Dingen, noch bevor Hulk Hogan dazukam, fand ich die Umsetzung richtig gut. Das war das, was mir am meisten gefallen hat. Mein Anfang saßen beide halt im Publikum mit den Karten, ihr könnt uns nicht rauswerfen. Später war es ja auch so, die sind ja auch mal mit Baseballschlägern dann zum Ring gegangen und die ganzen WCW-Wassler, die haben sich ja gegen die gestellt. Du hast ja das Gefühl gehabt, von wegen hier ist das ein ganzes Worcester und das ist wirklich so ein bisschen so eine Kriegserklärung. Und dieses ganze Worcester stellt sich gegen dich und beziehungsweise du gegen die und du bist eine Gefahr und selbst die Polizei muss einschreiten und so, das fühlte sich so real an. Das war ja auch eines der erzählerischen Mittel, die Eric Bischoff hier vornehmlich eingesetzt hat, dass er da auch immer wieder so getan hat, als ob das echt wäre und deswegen auch immer Polizei dabei. Ich fand es auch interessant, dass gerade auch in der Anfangsphase, wir kannten natürlich auch sehr oft so Chicken Shit Heels, auch aus heutiger Sicht noch, aber dann hast du eben Hort und Nash, die dann kackdreist einfach da hinkommen und auch ganz klar die Aggressoren sind, egal wie viele Leute ihnen da gegenüberstehen und sich dann über die lustig machen, ne, hier die alten Herren hier und ich weiß nicht was, ne, die Big Boys, kommt doch her, wir zeigen euch mal, wer die Big Boys sind. Also, die Anfangsphase war genial und das war natürlich dann auch abgeschlossen mit dem Bash at the Beach 1996 und dann eben dem Turn von Hulk Hogan hin zu Hollywood Hogan und ich glaube, da haben wir auch schon mal ein Match of the Week zu gemacht, wir haben das auch schon mal sehr weit ausgewalzt, aber die ganze Anfangsphase war schlichtweg fantastisch, Shaggy, oder? Also, ich liebe das und ich merke jetzt noch, wie ich da wieder drin bin, allein wenn ich drüber spreche, weil da war es auch so, da wolltest du jede Woche sehen, was da passiert, was richten sie als nächstes an, wie präsentieren die sich, gibt es eine Enthüllung oder was auch immer und das wolltest du jede Woche sehen, du wolltest es jede Woche haben. Ja, weil es so was Neues war, weil es so etwas war, was noch nie da gewesen ist, zwei Leute, die man sehr gut kannte, aber aus anderer, aus der anderen Liga, aus der anderen großen Liga waren plötzlich da und es war überhaupt nicht klar, warum sind die da, was machen die, was richten die an und dass sich dann auch so nach und nach die WCW ja zusammen, auch die Heels und Faces quasi zusammengearbeitet haben, um die Invasoren hier zu bekämpfen, das war was ganz, ganz Großes und das war gerade, ihr habt es jetzt schon mehrfach und ich habe es auch schon gesehen, Anfangsphase, einfach, das war der Einschaltgrund, man hat eingeschaltet, um zu wissen, wie geht es mit den Jungs weiter, was passiert da, was hat man vor, weil es so spannend einfach war, niemand wusste, was passieren wird. Ja, es war ja auch Zeitgeist ohne Ende, das ist ja um Generation X mäßig, wo du halt sagst, wen möchtest du erreichen, okay, junge Erwachsene und was wollen die machen, die möchten rebellieren und zwar gegen die Obrigkeit, gegen die Ordnung und so weiter und dann sind da welche, die haben das ja gemacht, das waren die Bad Guys und die haben halt gegen alles rebelliert, ihr setzt die Regeln, wir zerstören die, genauso wie halt Banalität, aber ich fand das damals so cool mit dem Graffiti, wo die einfach damit angefangen haben, und das war einfach so destruktiv, aber dadurch fandest du das als Jugendlicher so gut und so cool. Ja, auch dass Hogan dann, als er den Titel geholt hat, bei Hawk Wild, meine ich war das ja, dass er das ja dann den Belt besprüht hat, das war natürlich auch so ein Affront eigentlich und sind wir ehrlich, eigentlich war Hogan schon damals nicht mehr cool, aber durch diesen Charakterwechsel hin, da ist er auf einmal wieder interessant geworden, also ich war nach wie vor kein Riesenfan, muss ich dazu sagen, bin ich auch bis heute nicht, aber das war halt eben schon so eine Geste, die man bis dato zumindest im US-Mainstream so noch nicht gesehen hat, hat perfekt dazu gepasst und auch die gesamte Inszenierung, die man dann eben gehabt hat, das will ich auch noch als großes Plus da noch mit reinschmeißen hier, diese ganzen Advertisements, die man gehabt hat, diese Werbeblöcke, this commercial has been paid for by the New World Order und dann hast du eben diese Schwarz-Weiß-Geschichten gehabt und die Musik dazu. Und die Handkamera, ganz wichtig. Ja. Weil sonst war immer statische Kamera und dann kommen die und die haben die ganze Zeit diese Handkamera von uns ist eigentlich alles egal, wir sind eh cool und das hatte so ein bisschen MTV-Vibes. Das stimmt. So, jetzt brauchen wir aber langsam mal auch was Schlechtes. Shaggy, also vielleicht gab es in der Anfangsphase was, was dir nicht so gefallen hat? Also wir haben schon gerade angesprochen, es sind ja auch sehr früh sehr viele Mitglieder rübergewechselt, also wir haben es gerade angesprochen, es ging ja los beim Bash at the Beach 1996 und wenn man dann Richtung Ende des Jahres schauen, da sind wir dann schon bei einer zweistelligen Zahl an Mitgliedern hier beim Stable. Ja, das ist eine der Sachen, die mir natürlich nicht gefallen haben und gerade so bei den Anfangsmitgliedern, da habe ich tatsächlich so ein bisschen auch gedacht, warum muss das eigentlich nicht sein? Ich meine jetzt nicht die ersten drei, ich meine auch nicht Teddy Biasi, der auch irgendwie hingepasst hat, der ja auch nicht so lange Teil der NWO war, aber der ja schon einige Monate bei der NWO verbracht hat. Ich rede natürlich von dem Giant, der als erstes quasi internes Mitglied damals September 96 zu NWO gewechselt ist, obwohl er vorher im Vorfeld ja wirklich auch eine Fede mit Hogan hatte und der ja auch der World Champion war, der auch den Gürtel verloren hatte und sich ja auch gegen die NWO gestellt hat, jetzt plötzlich da als Mitglied. Das hat für mich zu dem Zeitpunkt, weil es ja sonst auch wirklich nur ehemalige BWOler waren, überhaupt nicht gepasst. Das ist so, das ist in der Anfangsphase so eine Sache, die ich einfach nicht mochte. Ich habe auch noch ein paar mehr Namen, die da nicht so reingehören. Wir reden ja von der Anfangsphase. Ja, ja, das stimmt. Ich habe auch nicht ganz geschnallt, warum man den NWO-Sting so lange da behalten hat. Das war auch so ein Punkt, also um da jetzt nichts wegzunehmen, die Geschichte mit Sting und diesem Vertrauensverlust mit seinen alten WCW-Kollegen im Hinblick auf Fall Brawl damals, das war super geil. Also auch dann gerade einen Lex Luger, sein bester Freund, der ihm misstraut hat und dann mit den Anspielungen Backstage und so, da ist irgendwas, der hat doch was da mit denen gemauschelt und so. Fand ich super cool und Lex Luger, der dann zerschlagen wird quasi und nach Sting um Hilfe ruft, ganz laut. Richtig geil. Aber dieser NWO-Sting, David, na, ich weiß nicht. Nee, den habe ich auch komplett rausgestrichen aus dem Gehirn. Für mich ist Sting, es gibt halt eines Ding, den ich halt sehr mag bei WCW-Zeiten, das ist halt nicht der NWO-Sting. Die Story war nicht schlecht, aber trotzdem, das Problem von der NWO war für mich oft, dass es halt immer mehr Members gab, die für mich persönlich irgendwie da nicht reingehörten. Sei es auch später in WCW-Zeiten hat, der absolut null da reingehört hat. Und hier Nasty Boys. Die waren aber nur eine Woche da. Ja, aber du kannst auch Vincent nehmen. Ich glaube, Vincent war ja so ein Insider-Gag, ne? Bigger by Watchers. Ja, 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 eben. Einfach im Grunde genommen, je mehr dazu kam, es kam halt keiner dazu, wo ich sage, ja, das ist, das macht organisch Sinn. Das bei NWO, dass es bei mir direkt funktioniert hat anfangs, war halt, weil diese Konstellation für mich sich groß anfühlte und auch irgendwie sich richtig anfühlte. Also in Scott Hall, Kevin Nash und Hogan, wenn du die zusammen im Ring gesehen hast oder auch außerhalb, hast du gedacht, ja, irgendwie, das ist so eine Clique. Ja. Und dann kann man halt immer mehr dazu, wo du sagst, ja, wir brauchen jetzt noch jemanden, den bist ja mit Elisabeth. Oder einfach die ganze Zeit siehst, wie unangenehm ihr das ist. Das wurde halt immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Und ich kann halt wirklich jetzt spontan keinen Mitglied sagen, wo ich sage, ja, der passt ja perfekt rein. Ich glaube, das war eben auch ein Problem. Man hat natürlich dann damit immer wieder versucht, so Schockmomente zu kreieren. Aber im Endeffekt hat es dann eher das Gegenteil bewirkt. Nämlich war es eigentlich der Faktor, dass es dann irgendwann zu viel gewesen ist. Und es hat dann das ganze Konzept verwässert. Und irgendwann war ja gefühlt jeder Teil der New World Order. Und vor allen Dingen, vor allen Dingen, Entschuldigung fürs ins Wort fallen, mal wieder. Es macht ja vor allen Dingen das Konzept von der NWO kaputt. Weil die NWO ist ja eigentlich ein kleiner Trupp von Guerillakämpfern, sagen wir einfach mal, die kackensdreist sind. Und halt gegen die große Übermacht sich stellen. Und die halt zerstören und destruktiv handeln. Aber dazu muss die Gruppe klein sein. Und irgendwann ist die halt übermächtig. Dann sind die eigentlich die Obrigkeit. Das funktioniert nicht. Ja. Aber zumindest in der Anfangsphase, Shaggy, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Also gerade die Art und Weise, wie dann hier das Chaos verbreitet worden ist. Wir haben noch im Real Mysterio-Podcast drüber gesprochen. Das war auch schon ein Ausrufezeichen. Und das wollte man auch sehen. Also da haben ja auch die, ich weiß noch, es gibt ja auch dann die Interviews und Berichte, wo dann auch ehemaliges WCW-Talent gesagt haben, so nee, irgendwann wollte einfach auch jeder bei der NWO sein. Weil wir hatten keinen Bock, jede Woche verhauen zu werden. Ja, genau. Das wurde dann auch als Gründe hergeführt. Du hast gerade eine Sache angesprochen, du hast Ray Mysterio angesprochen. Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, den ich gerne da nochmal ansprechen würde. Ich habe es schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt, das ist einer meiner Lieblings-NWO-Momente. War auch die Anfangszeit, als die NWO dieses Chaos da verurteilt hatte oder beurteilt hatte. Im Ring war ein Match, das ist ein Six-Mann-Tag-D-Match. Jimmy Hart kommt zum Ring gelaufen, unterbricht dieses Match, sagt, wir brauchen Hilfe. Die Wrestler brechen das Match ab, dann schaltet man Backstage, sieht, wie Scott Hall, Kevin Ashton mit Baseballschlägern steht. Auf dem Boden liegt ein Buff-Backwell, ein Anderson liegt da, Scotty Wicks kommt hinzu. Und dann dieser Moment, als Shuei aus dem Truck, aus dem Container, aus dem Trailer rausgekommen ist, von der Treppe auf Kevin Ashton gesprungen, den aufgefangen hat und dann wie so ein Dart-Pfeil in diesen Container geworfen hat. Das war auch ein richtig, richtig geiler Moment. Ja, wenn wir noch bei positiven Momenten sind, ich kann jetzt schon vorwegnehmen, das Lustige ist halt, dieses Zerstörerische, das war halt anfangs so cool, aber alle anderen positiven Momente, die dann anschließend noch kommen, für mich persönlich, waren eigentlich immer so, dass ein Einzelner sich gegen diese große Überwacht-NWO gestellt hat. Ja. Einen Punkt habe ich noch, den ich hier noch rausstellen möchte. Also klar, dieses ganze Chaos, das wollte man damals auch sehen. Das war halt genau das, was man haben wollte. Und man wollte, also ich weiß noch, ich habe damals dieses Gefühl gehabt, also eigentlich war man ja so, ich war damals Team WCW, ich fand aber trotzdem die NWO cool. Und man hat schon fast immer gebibbert, so was, was geschieht denn jetzt, was machen die als nächstes? Und diese Erwartungshaltung, die war eben damals auch da. Und man hat natürlich dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, sprichwörtlich, als dann damals auch ein Eric Bischof, der wurde ja dann von Rowdy Roddy Piper damals enttarnt, wenn ihr euch daran erinnert, dass der auch zur NWO übergelaufen ist. Und nach dem Motto, oh mein Gott, wenn jetzt der Boss auch da drüben ist, nicht nur, dass wir schon einen korrupten Referee haben und andere hochrangige Namen hier, ist es auch auf einmal Eric Bischof noch dabei. Aber da muss ich auch sagen, und ab dem Punkt wurde es dann auch langsam zu viel, weil es geht halt nicht mehr höher und dann kommen halt als nächstes so Leute wie Buff Bagwell, gut, den habe ich so halbwegs akzeptiert, aber dann auch Leute wie Michael Wall Street, Big Baba Rogers, haben wir gerade schon angesprochen, Scott Norton, Randy Savage, eh immer dann auch noch mit dabei und dann wird es dann auch eh schon immer ein bisschen wüster, Conan, Kurt Hennig und so. Ja, aber vor allem innerhalb von sehr kurzer Zeit. Also die Leute, die du gerade angesprochen hast, das war November, Dezember 96 und Anfang 97. Also innerhalb von sehr kurzer Zeit kamen super viele Leute da hinzu, die alles mit bis an der Karte eigentlich waren. Ja, und es macht auch keinen Sinn mehr. Also in dem Moment, wenn Eric Bischof dazukommt, du hast als NWO, sagst ja, ich will die neue Ordnung, ich will im Grunde genommen die Company zerstören und wenn dann der Boss dahinter steckt, macht das keinen Sinn. Also es macht einfach in dem Moment keinen Sinn mehr, dass der Boss sagt, ich zerstöre meine eigene Firma. Nee, und in dem Moment wurde es halt einfach auch ein bisschen nervig und was du halt richtig sagst, es kam halt immer mehr in kurzer Zeit hinzu und man hat einfach gemerkt, man hatte gar keine Idee außerhalb von wow, XY ist jetzt bei NWO. Man wusste halt nicht, was daraus entsteht. Irgendwann hattest du halt einfach nur noch, ja, man muss bei der NWO sein, weil es ist cool und diesen einen Popmoment, den man dann hat, aber dann liefen die Leute halt nur noch mit und du hast die eigentlich gar nicht mehr gesehen. Also klar, du hast die schon gesehen, wenn dann 30 Leute rauskamen, aber die standen halt irgendwo im Hintergrund und das hat einfach keinerlei Bedeutung mehr für dich. Ich hatte da noch irgendwann das Problem, dass ich die Showstruktur von WCW Nitro und auch gerade die Monologe von Eric Bischof gehasst habe. Die gingen auch ewig, ne? Ja, die gingen ewig, die waren unpointiert und ich hatte da wirklich auch immer das Gefühl gehabt, das war ja auch so das, was man Backstage so mitbekommen hat, dass er einfach, der war ja dabei, um quasi dabei zu sein. Also man wird immer wieder vorgeworfen, ja, das war halt das Außenseiterkind, was eigentlich mit den hippen Kids spielen wollte und deswegen hat er sich selbst da so mit reingebracht, weil er gern Zigarren raucht und auf Motorrädern fährt, ne? Ich meine, es hat auch funktioniert so gesehen. Eric Bischof ist für uns immer noch ein Name und das wird er immer sein, weil er halt das gemacht hat, aber es hat halt mega geschadet. Eric Bischof ist kein großer Name, weil er bei der NWO gewesen ist, sondern Eric Bischof ist ein großer Name, weil er quasi das alles hier mitgemacht hat, also mitkriert hat. Nein, aber ich meinte andersrum, das ist ein Gesicht, an das du dich erinnerst. Ja, aber ich ... Und du weißt auch genau, wenn er da auf seiner Harley sitzt ... Hab ich gehasst. ... so nervig es war, aber es hat sich halt eingeprägt. Es wurde ja auch immer peinlicher, du hattest halt das Gefühl, es ging halt weniger auch in den Promos darum, irgendwas zu erzählen, sondern einfach nur, ey, ich bin so cool. Ich mochte auch nicht dieses ... Wenn die sich gegenseitig immer nur gefeiert haben, immer irgendwas lustig gemacht haben oder sich gegenseitig auf die Schulter klopft haben, und es ging halt eigentlich gar nicht mehr voran von der Geschichte her. Außer halt die allergrößte Story für mich ever bei WCW, halt die Story ums Ding. Genau, auch ein ganz großes Plus-Ding. Mit einem großen Abzug am Ende, würde ich sagen. Ja, ich rede nur von der Story, ich rede nicht vom Ende. Aber die Story, das war halt grandios, das war super erzählt, wurde halt ... Dadurch hattest du halt das Glück, dass du eigentlich etwas, was dir ein bisschen langweilig geworden wurde, ist diese Gruppierung, das im Hintergrund etwas schwellte und das immer bedrohlicher war und das wurde so gut erzählt. Und irgendwann war halt nicht mehr die NWO für mich der Grund einzuschalten, sondern einfach, ich möchte sehen, kriegt die NWO eins aufs Maul von Steam? Da kommen wir gleich noch zu. Ich hab doch heute noch lustige Videos mit dazu in der Recherche angeschaut. Kommen wir gleich noch ganz kurz zu. Wir sind noch ... Ich will noch gerade ganz kurz was zu Anfang 97 sagen, weil auch da ein großer, großer Makel. Nicht nur, dass da diese ganzen Mitkader mit dazugesprungen sind hier zur NWO, sondern da gab es auch NWO sold out, Shaggy. Der erste und einzige NWO-gebrandete Pay-Per-View, den es jemals gegeben hat. Und das war ein riesengroßer Clusterfuck. Ich weiß, es gab ein gutes Match, das war nämlich hier das Leitermatch um die US-Championship zwischen Eddie Guerrero und Six. Aber ansonsten, die Aufmachung, das Drumherum, die Wahl von Miss NWO, es war ein unglaublicher Clusterfuck, oder? Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es tatsächlich bei dem einen Pay-Per-View geblieben ist. Weil ich glaube schon, dass man da auch mehr geplant hat und auch mehr das Anders Branden wollte. Aber das, wie man es da umgesetzt hat, insgesamt auch so die Matches, aber auch das Optische, das war eigentlich dem nicht würdig, was man vorher so erzählt hat. Und ich muss soweit gehen und sagen, dass das eigentlich sogar eine absolute Katastrophe war, es sold out. Also das ist so ein Pay-Per-View, den könnte man auch bei On a Pole durchgehend komplett schauen. Das stimmt, das stimmt. Also das ist echt eine Katastrophe. Das ist vor allem sehr anstrengend gewesen. Eine Sache, die mir jetzt noch einfällt, also erst mal beim Pay-Per-View, mir ging halt die Musik irgendwann auf die Nüsse. Ja. Aber das hatte ich auch bei der normalen Weekly. Und je mehr Member du halt hast, desto öfter alle hatten halt immer die gleiche Musik. Und du hast halt, bei Musik ist es eigentlich wichtig, du hörst die ersten Töne und du weißt, oh jetzt kommt XY raus, wie cool. Und bei NWO war das halt eher, du hörst die Musik dann so, ah, ja, ist es Hogan, sind es die wichtigen? Ah nee, wieder ein unwichtiger. Ah, jetzt beim nächsten Mal, ist es wichtiger? Ah, wieder ein unwichtiger. Und du hast immer diese Musik gehört. Wobei Hogan ja Voodoo Child später bekommen hat. Also das war dann ja noch von Vorteil. Ich verstehe halt nicht, warum man es gemacht hat. Und ich bin bei euch, der Pay-Per-View, das war Katastrophe schlechthin. Und diese Misswahl, ne? Wir hatten ja gesagt, ja, die Promos von Eric, die zählen sich ein bisschen. Das hat sich gezogen wie Kaugummi. Und es war halt auch einfach eklig. Es war eklig, es war halt auch nicht cool. Es hat auch gar nicht zu dem ganzen NWO-Charakter gepasst. Und das war totaler Mumpitz. Also das war, muss ich sagen, auch für mich so ein Punkt, wo ich wirklich dran gezweifelt habe. Okay, wo wollen die jetzt damit hin? Also habe ich damit noch Spaß auf Dauer, weil so ein Ding so in den Sand zu setzen? Und das war hier und da schon so ein bisschen das Foreshadowing, was man hier gesehen hat. Hier waren schon diverse Schwächen ganz klar erkennbar, die im späteren Verlauf noch eine große Rolle gespielt haben. Aber ich habe, also David hat die Sting-Storyline angesprochen, als positives Ding. Ich habe natürlich auch noch die Storyline um Diamond Dallas Page, die ich auch damals extrem gefeiert habe. Und die Diamond Dallas Page hier wirklich auch auf die nächste Ebene gehoben hat, wo die NWO immer wieder versucht hat, ihn zu rekrutieren. Und immer gesagt, hier komm, Scott Hall mit der gemeinsamen Vergangenheit und komm doch mit zu uns. Ja, und dann wirkte es eines Tages so, als würde Diamond Dallas Page überlaufen. Aber dann ist es doch nicht so. Und er zieht zwar das Shirt über und verpasst dann aber Scott Hall und Diamond Cutter, verschwindet ins Publikum zu einem enormen Pop. Und die Crowd geht apeshit und ich weiß noch, wie ich damals Gänsehaut gehabt habe. Deswegen, das habe ich dann geliebt. Und natürlich auch bei Diamond Dallas Page, die Feder auch gegen den Macho Man, muss man ja auch noch mal ansprechen. Auch das war richtig gut. Also, bin aber da bei David, weil das Ding ist natürlich dann schon, dass man immer wieder so einzelne Talents hat, die man gegen die NWO gesetzt hat, wo gute Storys rausgekommen sind. Aber drumherum, gerade je weiter die ganze Geschichte voranschreitet, wird es dann auch immer sehr viel schwieriger. Deswegen, ich glaube, jetzt, wenn wir so 97, 97, 98 sind, David, dann wird es auch langsam ein bisschen schwieriger, oder? Ja, ich weiß es allerdings nicht genau von terminlich, welcher Zeitraum es ist. Ist das jetzt der Zeitraum mit Goldberg? Goldberg war 98. Du hast gesagt 97, 98. Ja, ist ja okay. Dann nehme ich jetzt mal Goldberg. Du hast halt einfach, da muss man sagen, hat WCW richtig viel richtig gemacht, weil einfach, du hast Goldberg aufgebaut, der hatte immer mehr Siege, immer mehr Siege. Und dann hattest du halt dieses absolute Dream-Match, weil er war ein Einzelgänger, wie da halt die Storys funktionierten, weil er halt eben nicht angeschlossen bei NWO, sondern halt, dass du gesagt hast, ich stelle mich gegen NWO. Dann hast du halt den Hulk Hogan, den Titelträger. Und eigentlich ein Match, was du als Pay-Per-View raushauen musst. Man hat es nicht als Pay-Per-View rausgehauen, man hat es im Georgia Dome als Weekly veranstaltet mit fantastischer Einschaltquote und dann halt diese, ja, Fackelübergabe quasi gemacht. Super. Man hat es nur anschließend komplett eingerissen. Ja, aus der Fackel wurde ein Lasertaser oder wie auch immer man das nennen soll, so ein Taser. Aber ich fand es schon legitim und richtig, das quasi als Georgia Dome als Main Event zu präsentieren. Klar hätte das auch ... Aber nicht als Weekly, meine ich. Ja, aber man wollte ja auch den Georgia Dome quasi der Heimatstadt auch so ein bisschen was zurückgeben und auch hier was Großes bringen. Also das finde ich schon in Ordnung, dass man das da gemacht hat. Hätte natürlich auch ein Starcade-Main Event sein können. Aber nach der Sting-Geschichte bei Starcade dachte man sich ja auch, ach, warum? Warum alles bei Starcade? Super, wir brauchen kein Geld. Ganz genau. Bis zum Titelgewinn war die Goldberg-Geschichte auch wirklich sehr, sehr gut erzählt. Genau, und du hast da genau gewusst, man hat keine Idee, wie es weitergeht. Ja, gut, man hatte da eine Idee. Das ging dann ... Das war nämlich dann bei Starcade im Dezember. Also generell, Starcade kein guter Event für NBO-Storylines, für abschließende Angles. Wir haben im Dezember 1997 natürlich die Geschichte mit Sting und Hogan gehabt. Wie gesagt, die Geschichte von Sting. Ich hab mir heute noch mal das Go-Home-Segment von dem Main-Event von Starcade 97 angeschaut. Und da geht's ja auch mit Bret Hart zugange. Bret Hart ist gerade frisch von der WCW, von der WWF rübergekommen nach dem Montreal Screwjob. Und Hogan präsentiert Bret Hart hier als seinen Guy. Ja, hier, der kommt mit der Limousine raus und bleibt dann so im Aufgang stehen. Und dann siehst du, dass oben über dem Entrance steht dann Sting. Und Sting ... Seilt sich dann rüber. Genau, auch das. Aber vor allem, er hat auch noch ein Geschenk hinterlassen. Und dann packt Hogan dieses Geschenk aus. Und dann ist da ein Wachskopf von ihm selbst drin. Und das Problem ist aber, dass die Crowd das gar nicht sieht oder sonst irgendwo. Und Hogan schreit halt so ganz comicmäßig, ganz cartoonesk. Und keiner reagiert in der Halle. Und dann kommt halt Sting an so einer Seilrutsche da runtergefahren. Alles ein bisschen albern. Und wenn wir dann hier vorgreifen Richtung 98, Kevin Nash gegen Goldberg. Alter. Ja. Der berüchtigte Taser und die erste Niederlage für Goldberg. Und damit dann auch ... Man muss halt mal kurz sagen, in dem Moment war Goldberg, glaube ich, bei 175 Siegen. Ungeschlagen. Absolut ungeschlagenes Monster. Was macht man mal nennen? Und dann halt nicht nur, dass du sagst, okay, Taser, da gibt's eine große Rache oder sonst was. Sondern nee, da sagst du anschließend, nee, Fingerpuck auf Doom ist richtig gut. Lass mal machen. Genau. Das ist nämlich das Witzige. Wir sind jetzt ja so ein bisschen chronologischer vorgegangen, als ich das ursprünglich vorgehabt hatte. Aber man merkt, am Anfang ist halt so die Euphorie total groß. Und je weiter diese ganze NVO-Story geht, umso schlimmer wird's. Und umso mehr größere Fehler macht die WCW immer mal wieder mit so ein paar Ausschlägen nach oben, wo man dann sagt, eigentlich ist es eine ganz gute Idee. Und dann aber kommt direkt das große Aber hintendran. Goldberg, eigentlich eine ganz gute Idee, dem Titel zu geben, Georgia Dome Show, richtig gut. Ja, und dann Kevin Nash, Taser, Scott Hall. Und dann auch noch die berüchtigte Geschichte mit dem Fingerpoke of Doom. Und an dem Moment war ich halt auch durch mit der Geschichte. Und dann häufen sich auch einfach die Fehler und die schlechten Storylines. Oder, Shaggy? Da kann ich euch beide kurz fragen, wie er zu der Story von Kevin Nash und Scott Hall steht. Weil das ist für mich mit das Schlimmste, was ich in West Wing je gesehen habe. Also es ist ja sowieso so, dass man solche Sachen hat. Die WWE hat es ja auch ähnlich mit Hawk von Legion of Doom auch mal eine Zeit gemacht, dass man solche privaten Probleme hier rübergebracht hat ins Wrestling. Aber dadurch, dass die Wrestler ja weiterhin mit diesen privaten Problemen auch zu kämpfen hatten, ist das tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Ich fand das nicht gut. Ich fand das sogar, ja, ich würde fast sogar das Wort abscheulich in den Mund nehmen und kann Davids Meinung da absolut unterstreichen. Ich finde, sowas gehört da einfach nicht hin. Und das war, ich sag mal einfach nur so, nicht gut. Ja, ich fand's auch ganz furchtbar. Weil du hast eben gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Du wusstest es ja als Fan nicht. Aber man hat ja auch so ein gewisses Bauchgefühl und erkennt solche Dinge. Dass man hier quasi mit einem kranken Scott Hall einfach so eine Storyline durchzieht, ist nicht schön. Und generell, wie gesagt, das waren auch dann schon die Zeiten, wo da auch viel drunter und drüber gegangen ist. Mir haben auch dann teilweise die Backstage-Geschichten nicht gefallen. Also auch so die verantwortlichen Persönlichkeiten, die ja da im Mittelpunkt gestanden haben. Sei es jetzt ein Roddy Piper oder auch ein Ric Flair. Das hat alles nicht mehr so wirklich gepasst. Und die Geschichte mit Scott Hall war natürlich grauenhaft. Kann man gar nicht anders sagen. Also geht gar nicht. Geht gar nicht. Und das hat ja auch niemandem was gebracht. Das merkt man ja dann auch im Nachgang. Uns hat die Zuschauer nicht näher zum Produkt gebracht. Auch nicht zu den Wrestlern selber, sondern das hat eher dafür gesorgt, dass die involvierten Talents eher noch im Standing gesunken sind. Und das ist auch so ein Problem gewesen. Gleiche ähnliche Zeit hier eigentlich. Wir haben Mitte 98, also die Scott Hall-Geschichte war schon noch ein bisschen später, aber wir haben Mitte 98 auch diesen Split gehabt, wo wir das NWO Hollywood gehabt haben, also die Schwarz-Weiße, wo wir dann auch das Wolfpack gehabt haben. Dann auch später mit den roten Gesichtsmasken und so. Gerade bei Sting haben wir das ja dann gesehen. Wir haben auch später noch die Elite gehabt. So hieß es zwar nicht so richtig offiziell, aber lassen wir mal so stehen. Und das NWO B-Team haben wir dann auch 99 gehabt. Also dann mehrere Unterfraktionen quasi. Also Black and White war dann auch mehr oder weniger die Elite. und dann eben das B-Team noch mit dabei und das Wolfpack auch als Babyface-Gruppierung. David, wie standest du denn dazu, dass man quasi hier so ein Civil War quasi gemacht hat und die NWO noch mal in sich unterteilt hat? Ich fand's furchtbar. Bei mir hat's nicht funktioniert und es fühlte sich, obwohl ich damals keine Sheets oder so gelesen hab, fühlte sich das so hilflos an. Als wenn man versucht irgendwie, was müssen wir machen? Wir haben nix aufgebaut als WCW, was da funktioniert, außer NWO, was ja richtig Sachen verkauft. Also versuchen wir, die Kuh zu melken und machen das irgendwie noch mal neu und versuchen dasselbe irgendwie anders zu machen. Und ja, vielleicht kaufen die das ja ab. Und bei mir hat's halt einfach sich so angefühlt, dass würde man halt die Kuh versuchen zu melken, soweit es irgendwie geht. Aber mir ging halt erscheinend auf einen Keks, dass die halt dasselbe Logo haben, nur eine andere Farbe. Und das geht halt nicht. Also es war halt für mich einfach gekünstelt und null glaubwürdig und absolut. Manche haben's gemocht, gerade halt die Fans haben sich ja auf die Seite von Wolfpack geschlagen, aber ich war da komplett raus. Also emotional war das mir einfach nur egal. Shaggy, findest du nicht, dass Lex Luger gut zu der Wolfpack-Musik abgegrooved hat? Also ich muss da ein bisschen ausholen. Denn damals fand ich das NWO Wolfpack sogar ganz cool. Trotz Conan, trotz Lex Luger. Aus irgendeinem Grund fand ich es damals irgendwie ganz cool. Hattest du auch ein Facepaint? Ich hatte keinen Facepaint. Don't turn your back on the Wolfpack. Hatte ich leider nicht. Die Musik war auch super cool. Und parallel dann hatte man natürlich dann noch die Gegenfraktion. Das hat mir schon irgendwie gefallen, dass man quasi die beiden Gruppen, diese eine große Gruppierung, die ja auch viel zu groß war, noch mal gesplittet hat. Und dann gab es quasi auch die eine Gruppierung, die eigentlich Faces war und auch gegeneinander dann angetreten ist. Und es gab trotzdem immer noch die WCW. Mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Ich mag so Stable Wars in dem Sinne eigentlich schon. Allerdings so cool, wie ich das NWO Wolfpack damals fand, aus heutiger Sicht, wenn ich mir die so anschaue, so cool waren die nicht. So cool haben die nicht zusammengepasst, auf der anderen Seite. Und man hatte mit NWO Hollywood parallel als Gegenpart ja nun wirklich nicht die A-Garde. Also auch das hat so in dem Sinne nicht funktioniert. Und damals fand ich es gar nicht so schlecht. Aus heutiger Sicht ist es schon eher wirklich nicht unbedingt so tragbar, muss man ganz ehrlich sagen. Olaf war damals begeistert. Nee, nee. Also ich, wie gesagt, ich mochte das Wolfpack halt auch nicht. Ich fand auch das Sting mit der roten Gesichtsmaske dann irgendwie total albern aussah. Furchtbar, ne? Das hat mir gar nicht gefallen. Also das mochte ich nicht. Also ich war immer ein großer Sting-Fan, muss ich dazu sagen. Aber ich finde, das Wolfpack hat halt gar nicht zu ihm gepasst. Und das hat allerhöchstens noch zu Kevin Nash und Conan gepasst. Aber alle anderen haben da gar nicht so funktioniert. Wo packt ihr die Geschichte um die Horsemen und die NWO mit rein? Also das war ja damals ein richtig großer Aufreger. Das war 96, 97. Das haben wir jetzt ausgelassen. Und ich hab gerade dieses berüchtigte Segment, wo sich Kevin Nash und Six und Konsorten in Verkleidung über die alten Horsemen lustig machen, das findest du online sowohl als eine der größten Misses der WCW als auch als einer der größten Hits bei der WCW. David, wie hast du das damals gesehen? Ich war da ehrlich gesagt ein bisschen raus. Einfach aus dem Grund, weil ich als Jungspund wollte vor allen Dingen eigentlich eher die Jüngeren sehen. Und dann hast du halt eine Fede, wo es halt primär eigentlich gegen Ältere geht, die vor allen Dingen diesen Sonderstatus haben. Und bei mir hat es damals nicht funktioniert. Und das hat sich auch nicht so ... Du hattest vorhin Waddy Piper erwähnt. Da ist so der ähnliche Effekt bei mir gewesen, wo ich einfach dachte, wir sind jetzt gerade im anderen Jahrzehnt. Das ist nicht mehr. Also ohne respektlos zu sein. Das war einfach ... Es fühlte sich für mich nicht modern an. Jackie, war es bei dir? Auch da unterschiedlich. Also ich fand es damals ganz cool, ehrlich gesagt, zumindest in einigen Momenten, weil das einfach auch gefühlt so ein bisschen was Neues war. Klar, man hat das dann im Nachhinein auch ein paar Mal anders gesehen. Aber da hat es irgendwie auch gepasst, weil man das wirklich arg persifliert hat. Und das war schon witzig. Aber man ist da auch ein bisschen zu weit gegangen, finde ich, in einigen Dingen. Und das hat mir dann wiederum nicht so ganz gut gefallen. Und auch, weil man es ja wirklich ... Man hat sich ja auch wirklich über die Horsemen so ein bisschen auch lustig gemacht. Aber nicht so, dass es irgendwie wirklich so lustig war, sondern einfach es auch zu tief ging. Und das hat mir einfach so nicht gefallen. Deswegen kann ich auch absolut verstehen, dass man das mit beiden Seiten der Münze sehen muss. Wirklich das Positive und das Negative. Und deswegen ist es ja auch wirklich so umstritten, dieses Segment. Also ganz klar, ich bin da irgendwo in der Mitte. Shaggy zieht sich hier aus der Affäre. Aber ich finde es eben interessant, dass das offensichtlich so unterschiedlich wahrgenommen wird. Also wie gesagt, man hat das dann in verschiedenen Bestenlisten gefunden. Genauso auch wie zum Beispiel die Szenen damals, als man Randy Anderson gefeuert hat. Das war auch noch 96 rum, wo die Kinder und die Frau mit dabei gewesen sind. Und er ist dann hier gefeuert worden von Eric Bischoff. 97 war es dann. Auch das war schlimm. Das fand ich auch schlimm. Ich fand generell im Übrigen noch schlimm, dass bei NWO auch noch Schiedsrichter waren. Ringrichter meinst du? Ja, Ringrichter, ja. Das ging halt gar nicht. Das macht beim Stable für mich keinen Sinn. Ja gut, also ... Es war irgendwann nervig. Ja, die Revoluzzer waren ja ... Das war eh so ein Problem, was man, finde ich, gehabt hat. Man hat sehr oft auf Stilmittel, die mal gut funktioniert haben, hat man halt immer und immer und immer wieder gesetzt. Und dadurch ist es dann irgendwann anstrengend geworden. Weißt du, so eine Opening Nitro-Promo von Eric Bischoff ist gut und schön. Aber 800 hintereinander mit demselben Wortlaut, ohne Inhalt, ist halt problematisch. Und Nick Patrick und was man da mit ihm gemacht hat, das war natürlich dann auch problematisch. Wobei, wenn du dich jetzt über Eric Bischoffs Promos aufregst, da hast du aber noch nicht eine Wow-Ja-Promo gesehen, die sie einen Monolog beinhaltet. Es geht schlimmer. Stimmt, jetzt sind wir beim Halloween Havoc 98 angelangt, haben auch ganz aktuell ein On a Pole gehabt. Er hat diese fantastische Fede zwischen Hollywood Hogan und dem Warrior Shaggy. Du hast da mit Chris noch drüber gesprochen in On a Pole. Ja, und ich möchte da nichts mehr zu sagen. Hört euch On a Pole an. Ich werde nie wieder was dazu sagen ansonsten. Nee, es ist echt ... Also, es ist eine Katastrophe. Wie aus einem der, vielleicht nicht technisch, aber schon wichtigsten und zumindest denkwürdigsten Matches aller Zeiten mit den beidgleichen Teilnehmern, das vielleicht auch denkwürdigsten, eines der denkwürdigsten, aber gleichzeitig schlechtesten Matches aller Zeiten werden kann, ist mir ein riesengroßes Rätsel. Also eine absolute Katastrophe. Viel weiter unten, viel tiefer geht es nicht. Ich liebe das, das muss ich mir ganz kurz sagen. Ich hab's auch mir heute noch mal angeschaut, weil ich heute On a Pole geschnitten hab, wenn wir hier den Podcast aufnehmen. On a Pole ist dann schon erschienen, aber ich erzähl's trotzdem. Ich liebe diese Szene, wo Hogan dieses Feuerblättchen da entzünden will. Ach, hör auf, Mann. Das ist so peinlich. Und erst funktioniert's nicht, dann funktioniert's aber viel zu weit weg. Der Warrior verkauft das und dann im nächsten Moment so, schlag mich. Und dann haut er halt Hogan da drauf. Und er brennt sich selber die Augenbrauen weg. Also dieses Feuerpapier sollte man bei Wesleyan generell nie benutzen. Das geht sehr oft in die Hose. Ja. Aber trotzdem, erst mal die Fede, das war Katastrophe, aber die zeigt aber auch ein bisschen das, was ich echt als Problem hatte irgendwann. Gerade weil Hogan halt an der Spitze war. Du hattest ja eigentlich das Gefühl, du hast immer in diesen großen Matchen, nicht immer, aber sehr oft, alte Männer im Ring. Das ist halt ein Waddy Piper, wo das Match halt acht Jahre her ist oder so. Alt. Uigflair, ja, Superstar, aber trotzdem auch älter. Also du hattest halt nie dieses, jo, wir nehmen jetzt mal so Eigengewächse, oder irgendwie diese coolen Jungen, wie halt bei WWF. Dann halt immer diese Alten, wo du das Gefühl hast, ja, es wird irgendwie das aufgewärmt, das aufgewärmt. Man bezieht sich immer auf die Vergangenheit, die Vergangenheit, aber nie nach vorne. Ja, bin ich komplett bei dir. Das war dann auch, irgendwann hat es sich dann ja auch totgelaufen. Auch mit den verschiedenen Gruppierungen, mit den Zerwürfnissen da drin. Also auch das NWO-B-Team fand ich halt auch nicht mehr lustig. Das ist ja eigentlich sowas für Shaggy, ne? Ich meine, Shaggy war ein großer Fan der Blue World Order, aber B-Team-Shirt hast du nicht gehabt, oder? Nee, das hatte ich nicht. Das hatte ich zum Glück nicht. Ich hatte auch kein andersfarbiges Shirt. Ich hatte auch kein rotfarbiges Shirt. Ich hatte aber ein original NWO-Shirt, das muss ich sagen. Ich hatte auch kein silbernes NWO-Shirt. Oh, die hatten damals viele, ne? Ja, die hatten viele und das ist voll witzig. Man trifft heutzutage immer noch manchmal Leute mit einem NWO-Shirt, was mich dann immer sehr erfreut. Und ich spreche die Leute tatsächlich auch drauf an und das ist immer ganz schön. Und beleidigst dir dann einfach. Kommt auf die Farbe des Shirts an. Genau, weiß, direkt anspucken. Woolpack forever. David, hast du noch was Positives, was Negatives hier? Jetzt sind wir so schon langsam in den Ausläufern, aber wir haben natürlich noch einen großen Programmpunkt im Jahr 2000, den wir hier noch besprechen müssen. Aber haben wir dazwischen noch was? Ich meine, die Stink-Story ... Für mich ist es noch 2000 weg. Das gibt's alles nicht mehr. Also NWO ist für mich einfach ... Du hattest diesen Peak relativ früh erreicht. Dann ging es so runter. Immer wieder neue Peaks, die aber nicht an NWO lagen, sondern eher an der Gegenstory, was gut war. Aber für mich hat es sich gefühlt einfach ... Du hast gemerkt als Zuschauer, der Drops ist gelutscht. Wie bei Walking Dead. Bei der Serie, du merkst auch einfach, die Luft ist raus. Das war bei mir einfach da schon der Fall. Deswegen, wenn du jetzt zu 2000 kommst, kannst du mit Shaggy reden. Ich rauch mir eine. Da ist einfach die Luft so was von raus. Und Robert Hart tut mir auch nur noch leid, dass er irgendwie in dauernd Verbindung mit NWO gesetzt wurde. Ja, das ist auch eine ganz schlimme Sache. Man hat ja eben alle versucht, irgendwie mit NWO in Verbindung zu bringen. Und es hat eben über weite Strecken nicht funktioniert. Also eine Sache, vielleicht einen Wrestler, den wir hier noch ansprechen müssen, der vielleicht auch davon profitiert hat, Shaggy, das ist vielleicht ein Scott Steiner, oder? Also dem hat es ja schon gut getan, dass er aus den Steiner Brothers ausbrechen konnte und so seine Heal-Persona ausleben konnte, oder? Ja, würde ich jetzt nicht sagen, nicht der Einzige. Aber dem hat es ganz besonders gut getan. Ich fand auch, dass ein Buff Beckwell da gar nicht so falsch war in der Gruppierung. Der hat da auch schon ganz gut hingepasst. Das ist aber ein Scott Steiner. Der hat das als letzten Schritt noch mal genutzt, von dem Tag-Team Midcard-Wessler zum Main Event zu werden. Dem hat das auf jeden Fall gut getan. Und er hätte das vielleicht auch anders geschafft oder er hätte es vielleicht auch so geschafft. Aber das war auf jeden Fall ein weiterer Eckpfeiler seiner großen Karriere. Und ich glaube, es war schon wichtig für ihn. Ja, das glaube ich nämlich auch. Aber wenn David jetzt noch eine rauchen ist oder was auch immer er gerade tut. Shaggy, wir müssen die Band noch zusammenbringen. Das ist ganz wichtig. Dezember 1999. Diese schwarz-silberne Gruppierung. Die NWO 2000. Das klingt nach Zukunft. Das klingt nach Moderne. Das klingt nach Innovationen. Aber eigentlich ist es dasselbe gewesen und war eine Gruppierung, die innerhalb von drei, vier Monaten wieder komplett in sich zerbrochen ist. Nach Bret Hart's Verletzungen, Karriereende und dem ganzen anderen drumherum, was hier passiert ist. Man hat es aber probiert. Also man hat ja gedacht, jetzt hier sind ein paar Wochen vergangen. Wir können es noch mal probieren. Vielleicht erinnern sich die anderen nicht mehr an die NWO Black & White und so weiter. Probieren es einfach noch mal neu. Bringen die NWO ins nächste Jahrtausend. Und gerade im Wrestling, glaube ich, wenn die Jahr Zusatz 2000 ist, ist das meistens nie so cool. Ich erinnere mich natürlich an Olaf's Lieblings-Tech-Team, das Techno-Team 2000. Unter dem Namen bin ich übrigens auch schon mal mit einem Freund auf einer Elektroparty aufgetreten. Also als DJs sind wir nämlich als Techno-Team 2000 angetreten. Das war aber 2012, als wir den Namen benutzt haben. Da war ich auch schon verdammt cool, 2012 noch den Namen Techno-Team 2000 zu nehmen. Das war auf jeden Fall eine coole Idee. Das ist schon so ironisch eigentlich. War das in Berlin irgendwo? Das war tatsächlich in Berlin. Wer kam denn nach euch, der DJX? Ich weiß es nicht mehr, wenn der Nacht kam. Also auf jeden Fall witzig. Egal, wir sind bei NWO 2000 und das auch, also ich sage mal so, wenn man sich die Mitglieder anschaut und da möchte ich ganz klar die Harris-Brüder rausstreichen, weil mit denen kann ich absolut nichts anfangen und ich finde, das sind zwei der schlimmsten Gesellen, die im Wrestling herumlaufen, aber das ist ein anderes Thema. Mit Bret Hart, mit Kevin Nash, mit Scott Hall, mit Scott Steiner, mit Jeff Jarrett hat man ja hier große Namen eigentlich auch gehabt, aber die NWO war zu dem Zeitpunkt längst durch. Lieber noch ein paar Jahre warten und dann in die Originalgruppe zurückbringen, das ist vielleicht ein besseres Thema. Da werden wir aber gleich noch drüber sprechen. Genau das, ja. Ich muss sagen, als ich das damals gesehen habe, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich war ja damals auf dem Trip, alle meine Freunde hatten aufgehört, WCW zu schauen und ich war der Einzige, der das durchgehalten hat und ich habe denen allen immer gesagt, ich habe denen 99 das gesagt, ich habe denen erst 2000 gesagt, so lange, wie es es nicht mehr wird. Das wird wieder besser. Das ist wirklich besser. Da sind jetzt Leute, das ist wieder interessant. Und hier habe ich wirklich gedacht, cool, jetzt machen sie was Neues draus. Und es war halt dieselbe Kürze wie vorher und es war einfach auch wieder grauenhaft. Also müssen wir nicht drüber sprechen, also die Band hätte man besser in der Rente lassen sollen. Aber, 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 und da muss ich nochmal einhaken, man hat natürlich mit Medeja, mit Major Guns und mit April Hunter drei Frauen dabei gehabt, von denen ich mich auch gerne zum Ring hätte begleiten lassen wollen würden. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Alter, erinnerst du dich noch an, war das nicht Major Guns gegen Stacey Kiebler in diesem Match-Pool-Match, wo Stacey Kiebler ... Oh Leute, hört doch mal auf, solche Sachen hochzuholen. Die habe ich alle verdrängt. Das war doch ein cooles Match. Stacey Kiebler eine Fehlgeburt gehabt hat. Stimmt. Ja, da haben wir immer gute Storylines, kann man immer machen. Ja, schlimm. Oh boy, oh boy. Eine Sache, die haben wir gerade so ein bisschen ausgespart, die greife ich jetzt einfach mal ganz kurz nochmal hier auf, weil wir sie vergessen haben. Wie steht ihr zu den ganzen Promi-Skits, die wir hier auch mit der NWO gehabt haben? Also wir hatten ja beispielsweise mal Diamond Dallas Page und Karl Malone gegen Dennis Rodman und Hulk Hogan. Wir hatten mal Jay Leno an der Seite von Diamond Dallas Page. Das war so schlimm mit Jay Leno, ne? Ach, ich fand das gar nicht so. Also ich meine, das Match war natürlich jetzt nicht so besonders gut, aber das hat schon auch für große Publicity gesorgt damals. Das ja, aber du hast halt dem angesehen, vor allem der ist halt da, um anschließend sich selber vom Spiegel auf die Schulter zu klopfen. Ähm, ne. Aber Dennis Rodman, war der nicht sogar offiziell eigentlich Mitglied oder war der nur quasi befreundetes Mitglied der NWO? War der nicht irgendwie Ehrenmitglied? Ja, irgendwie unterschiedlich, genau. Sowas auf jeden Fall, das wird nicht offiziell geführt, aber er hat auf jeden Fall auch mit NWO-Farben und auch mit NWO-Aufwärts gekämpft. Das ist ja auch natürlich cool, wenn du so einen Star nochmal hast und das war er ja auch in Amerika. Und er passte sogar zu denen. Der passte zu Hogan auch. Ja, er passte. Oh, wir haben einen Mitglied gefunden, das passte. Ja. Also Dennis Rodman konnte ich auch noch mitleben. Ich fand ihn zwar auch damals grauenvoll, muss ich dazu sagen, aber eigentlich hat der ganz gut da noch funktioniert, aber es ist wie immer mit Promis im Wrestling natürlich. Also das machst du eher für die Aufmerksamkeit und nicht für die Matchqualität und hier war es dann so ähnlich. Aber Dennis Rodman hat ja zumindest längere Zeit da verweilt und hat ja auch mehrere Matches bestritten. Dem kann ich leben. Und das war auch damals ein großer Deal, gerade mit Karl Malone auch in der Verbindung. Das war ja auch damals ein großer Skandal. Also nicht Skandal, aber das war ja damals eine große Geschichte, dass quasi zwei Basketballer, ich meine, da war doch, war da nicht die NBA im Streik und deswegen sind die beiden, hatten die beiden quasi Zeit und sind drüber gekommen und so. Es war zumindest so, dass die vorher hatten die halt in den Finals, trafen die beiden Teams mal aufeinander. Genau. Und die beiden Westen. Und deswegen passte das. Das war eh eine Rivalität, die echt war. Bei Karl Malone muss man auch mal sagen, der hat sich wirklich Mühe gegeben. Ja. Also da hattest du halt das Gefühl, ja, die beiden haben auch wirklich Bock. Ja. Aber man muss tatsächlich trotzdem noch mal, wir haben es nur ganz kurz am Rande erwähnt, die NWO Japan noch mal ansprechen, weil das ist ja eine Gruppe, die tatsächlich längere Zeit existiert hat, auch unterschiedlich, mal als Phase, mal als Ziel und da auch viele Wrestler dabei waren, die beispielsweise nie in Amerika mit der NWO aufgetreten sind. Einige von denen, wie jetzt ein Masseiro Chono, der oder ein Quaid Muta, die waren ja auch tatsächlich mal in Amerika zu sehen. Aber andere Wrestler, wie jetzt beispielsweise unter anderem ein Gotoh oder ein Ohara oder auch ein Big Titan, die waren nie tatsächlich Teil der NWO in Amerika. Aber die NWO in Japan hat auch gut funktioniert. Auch da hat man ja immer mal wieder ein paar Wrestler rübergeholt. Auch so jemand wie Michael Wallstreet, den ihr gerade angesprochen habt, der war ja tatsächlich zeitweise nur bei NWO Japan auch dort aktiv. Also den gab es ja auch dann nur. Und das fand ich schon eine interessante Sache, oder NWO Sting, der ja lange dann nicht mehr bei der WCW war, aber trotzdem in Japan noch bei der NWO gekämpft hat. Also solche Leute hat man da einfach auch dazugeholt. Und ich finde, das hat in der Zeit auch ganz gut funktioniert. Ja, also das war schon okay. Aber ich muss sagen, also NWO Japan habe ich damals, ehrlich gesagt, auch gar nicht so viel verfolgt. Das habe ich so beiläufig mitbekommen. Natürlich die größte Zeit vom Great Muta war natürlich dann später beim Dark Carnival, an der Seite von beim Hero. Das stimmt. Das ist auch nicht zu vergessen. Das ist richtig. Ja, aber Shaggy, du hast ja gerade schon angedeutet, also nach 2001 die WCW wurde gekauft. Das ganze Kapitel wurde geschlossen, auch ohne die NWO. Die hat am Ende auch keine Rolle mehr gespielt. Aber man hat ja noch den Plan gehabt, die WWF brauchte natürlich noch neues Talent und frische Storylines im Hinblick auf WrestleMania 18. Und da hat sich Vince McMahon im Vorfeld gedacht, Mensch, holen wir doch Hogan, holen wir doch Scott Hall, holen wir doch Kevin Nash zurück. Damals ein großer, ich sag's mal, Aufrüttler im Lockerroom. Also das Talent da war nicht besonders begeistert. Hat sich aber dann relativ schnell gegeben, auch weil die Storyline natürlich nicht so lange gehalten hat. Aber Shaggy, wie siehst du denn hier die Rückkehr der NWO damals? Sie ist ja dann bei No Way Out 2002, auch da passend, NWO, haha, debütiert. Die Ankündigung gab's schon vorher. Was du damals heiß drauf, wie fandst du die Umsetzung? Ist das ein Fail oder ist das ein Hit? Ja, also das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil natürlich ist es aus heutiger Sicht ein Fail. Aber es hätte auch ein Hit werden können. Zumindest die Anfangszeit mochte ich sehr. Man hat die Ursprungsmitglieder wieder zurückgeholt. Vince McMahon hat sie ja geholt, um zu zeigen, hier, ich zerstöre mein eigenes Projekt oder Produkt, die WWF, von innen heraus. Wenn ich sie nicht bestimmen kann so, dann lasse ich sie zerstören von der NWO. Er bringt das Gift, Shaggy, er bringt das Gift. Ganz genau. Das war schon in Ordnung, so die Idee dahinter. Aber dass es dann halt am Ende nicht funktioniert hat, lag auch so ein bisschen an Verletzungssorgen, an anderen privaten Problemen, die Scott Hall mit sich gebracht hat, an Verletzungssorgen von Kevin Nash, der sich schwerer verletzt hat. Und am Ende hatte man eigentlich keine Mitglieder mehr. Und da musste man improvisieren und hat dann auch Leute wie Big Show quasi wieder das NWO-Leibau anziehen lassen. Oder ein Booker T, der im Grunde eigentlich gar keine Verbindung im Vorfeld hatte, außer dass er mal auf der Gegenseite stand. Und auch ein Shawn Michaels, der ja einfach nur ein Freund war, den hat man dann quasi noch dazu geholt. Also da gab's dann Unterschiede. Und ich finde das tatsächlich nicht so gut. Aber es liegt, glaube ich, an anderen Dingen. Es hätte besser werden können. Also ich verbinde mit dieser Zeit, was positive Aspekte angeht, zwei Geschichten. Das ist zum einen die Story im Hinblick auf Hogan gegen The Rock bei WrestleMania. Diese Geschichte, wo Hogan The Rock mit einem Truck überfährt. Also nicht so richtig, aber The Rock las im Auto und wurde dann platt gemacht. Das mochte ich. Und natürlich, David, ich weiß, das ist auch eines deiner Lieblingsmatches. Du hast es in Headlockmania drin gehabt. Du hast ja schon tausendfach drüber gesprochen. Ich glaube, wir haben auch Match of the Week drüber gemacht. Aber WrestleMania 18, Icon versus Icon, Hogan gegen The Rock. Das war schon was Besonderes. Das war großartig. Das war historisch. Eines der Matches, die ich mir immer wieder anschaue wegen Crowd-Reactions, einfach zurücklehnen. Das kann man auch im Übrigen super Nicht-Wrestling-Fans zeigen. Einfach die Tonen aufdrehen, dass sie die begeistert. Mega Ding. Aber das Match war für mich halt nicht The Rock gegen NWO, sondern The Rock gegen Home. Es ging einfach nur um diese beiden Ikonen. Und die NWO bei WWE, der allererste Moment, als die rauskamen, gab es Megapop, war gut funktioniert. Aber die waren für mich eigentlich in dem Moment schon wieder begraben. Weil NWO ist für mich halt dieses rebellische, dieses Gegenhalten, dieses auch unberechenbare. Also die dürfen eigentlich nicht in der Rampe runterkommen, sondern die müssen aus dem Publikum rauskommen. So muss ein Debüt sein. Und dann irgendwie Zerstörung machen. Das war dann zu brav. Und was du halt ganz stark gemerkt hast, fand ich jetzt beispielsweise, The Rock hat halt eine klasse Promo gegen New World Order gehalten, die sehr lustig ist. Aber genau das ist eigentlich das Problem gewesen. Du hast halt gemerkt, dass die NWO, das sind halt ältere Herren, die versuchen, einen auf cool zu machen, wirken aber neben den wirklich coolen Jüngeren irgendwie halt peinlich. Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern einfach, du hast halt gemerkt, neben einem The Rock, eine Charisma-Bombe, ein cool ohne Ende, da wirkten die halt schwach. Und wenn du halt dann auch einen Scott Hall gegen einen Stone Cold stellst, die wirkten alle blass. Und deswegen konnte das einfach nicht funktionieren. Und das war halt sehr schnell Geschichte. Es gab halt zwei schöne Sachen, die rausgekommen sind. Das ist auf jeden Fall dieses Augen gegen ein Rock-Match. Und den bestgesellten Stunner der Geschichte von Scott Hall. Ich liebe es, wie er diesen Stunner verkauft. Stimmt, wo er sich nach hinten wegkatapultiert und runterlandet. Obwohl bei gut verkauften Stunnern auch The Rock natürlich ein Wörtchen mitzureden hat. Das ja, aber ich finde den von Scott Hall, er fliegt am höchsten. Das stimmt. Das ist fantastisch, das muss man gesehen haben. Man muss auch die Rock-Promo gesehen haben, die ist sehr funny. Aber die haben einfach nicht mithalten können. Das ist halt ein bisschen so, als wenn deine Eltern, die halt eigentlich noch ganz cool sind für ihr Alter, auf eine Party kommen. Da können sie halt für ihr Alter noch so cool sein. Aber die sind halt nicht cool. Das funktioniert nicht. Ja. Der Run war ohnehin dann auch irgendwann verteufelt. Also die Fans, was ja auch damals total merkwürdig gewesen ist, dass die so auf Hogan abgegangen sind, dass man Hogan quasi zum Babyface turnen musste. Weil die Leute wollten das eben einfach in dem Augenblick. Und dann musste man ihn eben aus dieser Stable rausholen. Dann hast du noch Kevin Nash und Scott Hall übrig. Scott Hall, der nicht wirklich gesund ist. Kevin Nash, der sich schon sehr, sehr früh, Shaggy hat es schon angesprochen hier, eben schwer verletzt. Und dann hast du irgendwie probiert, das zu flicken. Und hier nochmal jemanden rein. Und komm, dann nehmen wir noch jemanden. Und das hat dann gar nicht mehr funktioniert. Und dann haben sie doch Booker T doch auch nach kürzer Zeit wieder rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, hier, der ist übrigens das Weak Link und solche Sachen. Nee, das hat gar nicht funktioniert. Also für die Zeit bis WrestleMania war es okay. Und danach wurde es dann sehr schnell sehr schwierig und sehr merkwürdig. Und alles, was man auch danach noch mit der NWO gemacht hat, ich sag nur zum Beispiel WrestleMania damals im Match zwischen Sting und Triple H. Ihr erinnert euch dran, wo die NWO rauskam. Das war ein schöner Moment. Aber das hat doch gar keinen Sinn gemacht. Das war aber mir egal. Also ich weiß, wenn ich einfach nur dran denke, wie meine Frau ausgerastet ist, als die NWO rauskam und die Ex, eigentlich das, was du immer sehen wolltest, das Match, wie das ausgegangen ist, das ist Katastrophe. Aber dieser Moment, wo die beiden Gruppierungen rauskommen und voreinander erstmals wirklich stehen, holy fucking shit, das war gut. Das war was, wie Kai sagen würde, fürs Herz. Naja. Wenn man auch kein Herz hat. Naja, ich sag mal so, also ich seh das ganz genauso wie David. Ich wollte das auch sehen und fand es toll. Aber gut war das trotzdem nicht. Gut war es nicht. Aber der Moment, ich sag ja nicht, wie die gekämpft haben, sondern wo die rauskamen. Einfach, dass die rauskamen. Dann kam die Musik von beiden. Oh ja, bitte, endlich. Ja. Das war schon. Das war schon nicht zu begeistern. Nee, ich fand das merkwürdig. Für mich hat's halt überhaupt nicht gepasst. Klar, dann auch mit der DX und man wollte irgendwie NWO und DX nochmal so zusammen haben. Kann ich total nachvollziehen. Es hat aber für mich gar keinen Sinn ergeben. Es hat auch keinen Sinn ergeben, dass es Ding verloren hat. Das ist leider absolut korrekt. Naja, und wir haben die NWO auch noch hier und da mal bei Legend Shows gesehen. Also all das nicht ganz so glücklich. Aber David, wie gehst du denn jetzt aus so einem Podcast raus? Also ist das jetzt so ein Wechselbad der Gefühle für dich? Ist das einfach nur schöne Nostalgie? Wie siehst du das? Ähm, ich geh da eigentlich so raus, wie ich reingegangen bin. Also ich, mir sind die ganzen Fehler und Probleme bewusst, aber wenn du mich zum Beispiel auf die NWO ansprichst, denke ich immer an die Anfangszeit. Also das ist einfach, das ist das, woran ich denke, was ich im Kopf habe. Und das war cool. Und ich meine, man erinnert sich ja eh vor allen Dingen an die großartigen Sachen. Deswegen sagt man ja auch früher, ist alles besser, wenn man das Schlechte verdrängt. Mache ich in dem Fall auch. Und NWO war schon eine coole Sache, weil ich alles andere verdrängt habe. Shaggy, wie ist es bei dir? Naja, Nostalgie ist hier natürlich ein entscheidender Faktor. Ich habe es ja auch schon gesagt, dass viele der damaligen Geschichten aus heutiger Sicht tatsächlich nicht mehr so gut sind oder auch eigentlich auch nicht so gut waren. Aber man hat es damals mit einem anderen Auge gesehen, weil die NWO schon was Besonderes war. Und ich mochte es ja, wie gesagt, als dann die NWO sich gesplittet hat und auch ein Stable War innerhalb der NWO war. Das war schon ganz cool. Allerdings waren die Geschichten auch schon wirklich nicht mehr gut. Die Anfangsphase, die war toll. Auch aus heutiger Sicht noch toll. Also da kann man auch die Nostalgiebrille weglegen und sagen, das bleibt immer noch legendär. Und gerade auch die Idee der NWO und die Umsetzung in den ersten Wochen, in den ersten Monaten sogar, die war fantastisch. Alles, was danach kam, war natürlich schwieriger. Und das kann man nur mit der Nostalgiebrille für heute noch gut befinden, finde ich zumindest. Da bin ich mir auch sehr sicher. Also die NWO hat damals mit dafür gesorgt, dass die WCW natürlich auch hier wirklich Head-to-Head mit der WWF gehen kann. Auch wenn die Matchqualität, das muss man ganz klar sagen, jetzt nicht immer überragend gewesen ist. Aber diese Story, die war innovativ, auch wenn es die schon mal gegeben hat. Aber das hatte was gehabt. Man hatte, wie ich gerade gesagt habe, dieser Aspekt der Forbidden Door, hat da schon mit reingespielt. Und man wollte da auch einfach wissen, wie es weitergeht. Und deswegen war die NWO da auch eben besonders und hat auch in der Night War natürlich und in der Attitude-Error wirklich ihren großen Stempel hinterlassen. Und das muss man auch live miterlebt haben, glaube ich. Ich glaube, wenn man dabei gewesen ist, dann war das noch mal ein deutlich größeres Ausrufezeichen, als wenn man das jetzt nachempfindet. Das war schon was Besonderes. David, möchtest du noch abschließend was sagen? Nein. Shaggy, möchtest du abschließend noch was sagen? When you're in the NWO, you're in the NWO for life. Auch das. Schaut euch ruhig noch mal ein paar ältere Matches an. Also wir haben es gerade gesagt, WrestleMania 18, auch wenn es natürlich aus der WWF-NWO-Zeit gewesen ist. Also Icon vs. Icon sollte man sehen. Ich finde auch, dass man sich gerade den Main-Event von Bash at the Beach 96 noch mal hervorragend anschauen kann. Gerade im Hinblick auf die Reaktionen, die es dann auch danach gegeben hat. Hogan gegen Goldberg im Georgia Dome. WCW Nitro am 6. Juli 1998. Sollte man sich auch angucken. Vielleicht auch die Match-Serie zwischen dem Macho Man und Diamond Dallas Page. Also da ist einiges dabei, wenn man da noch mal auf so eine Nostalgie-Tour gehen möchte. Und ich glaube, an der Stelle kann ich dann auch hier den Deckel auf den Podcast drauf machen. Hier geht es jetzt schon in den nächsten Tagen weiter mit der Review zu AEW Revolution. Und in der nächsten Woche werden wir dann auch ganz im Zeichen von AEW bleiben und das Roster mal durchchecken. Da ist ja inzwischen einiges zu tun, wenn man ehrlich ist. So, in dem Sinne sage ich, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich wünsche euch noch eine wunderbare Zeit hier mit Headlock, die Pro Wrestling Podcast. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.